und damit hey leute und willkommen zu einem neuen video ich habe das basis ipad jetzt mal wieder gemacht und hoffe mal irgendwie was gutes zu ziehen ich habe bisher davon irgendwie vier stück gemacht oder so ich habe nur scheiße bekommen aber alle guten dinge sind fünf mal schauen was ich jetzt rausziehen werde lasst schon mal ein like und abo zu beginn des videos da und ich wünsche euch viel packlack soll es zieht es auch direkt dass per commies sports bank über kanada gibt mir eine gute icon bitte eine gute nation england ich weiß nicht ob das nein das ist nicht frank lampard oder ich habe frank lampard schon gezogen ich kann das nicht mehr ich nahe steven gerard aber es ist trotzdem nicht gut das ist leider nicht geil wieso ziehe ich eigentlich nur scheiße gerard geiler spieler besucht sich durch scheiße kids aus diesen icon packs by the way sorry ich bin ein bisschen krank 140er lachs naja schreibt mal rein was habt ihr daraus gezogen bin enttäuscht haut rein und